Hallo Freunde, euer ist die Lieblingsführer. Hallo, grüß euch. Wir sind heute auf der Reeperbahn in Hamburg und zwar geht es heute um die Harley Days, die man hier schwer erkennen kann. Wunderschöne Motorräder und gute Feier hier. Deutschland spielt heute auch parallel. Hier sind schon wieder Wahnsinnige und ich würde sagen, viel Spaß beim Schauen des Videos. Let's go, wir starten rein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.